Daniel! Petri! Petri! Rein? Wie kaputtet ihr die Augen gerade. Guck mal, diese Wunde hier. Das ist schon krass. Das zeigt sich immer nur von der Seite. Die andere Seite. Wer greift denn so einen Fisch an? Das sieht ja aus wie ein Vieh, was ihn gepasst hat. Komm, Moran!